Verhetzung der Fürsten gegen die Bauern Im Frühjahr 1525 erhoben sich die verhetzten Bauern, sänkten, mordeten, plünderten und verübten schauderhafte Gräueltaten. Wie aber benahm sich Luther? Pastor May sagt, Luther war unschuldig an dem Bauernaufstand im Jahr 1525 und hat gehandelt, wie nur irgendein Christ handeln konnte. Dies gehört nun wirklich zu den kecksten Luther-Fabeln. Der historische Luther hat die Bauern zuerst furchtbar verhetzt. Dies bezeugt sein Zeitgenosse Zanzius. Er war ein angesehener Rechtsgelehrter, Anhänger Luthers. Später verließ er ihn und starb katholisch. Mit folgenden Worten. Luther, diese Pest für den Frieden, der verderblichste aller Zweibeinigen, hat ganz Deutschland in solche Raserei gestürzt, dass man es schon für Ruhe und Sicherheit nehmen muss, wenn man nicht augenblicklich umkommt. Solange Luther noch über den Ausgang des Krieges im Ungewissen war, suchte er es, sowohl den Bauern als auch den Fürsten recht zu machen. Dies aber in der boshaftesten, unredlichsten Weise. In seiner Schrift Ermahnung zum Frieden, Mai 1525, hetzt er die Bauern neuerdings gegen die katholischen Fürsten, blinden Bischöfe, tollen Pfaffen und Mönche, welche nicht aufhören zu toben und zu wüten gegen das Evangelium und setzt drohend bei, ihr müsst dem Wort Gottes weichen. Tut ihr es nicht williger, so geschieht es in gewaltiger Weise. Tun es die Bauern nicht, so müssen es andere tun. Dagegen mahnte er die Bauern gegenüber den protestantischen Fürsten zum passiven Gehorsam. Nicht zum Schwertegreifen, nicht sich wehren, nicht sich rächen, sondern dahingeben Leib und Blut, dass es raube, wer da raubet. Professor Weiß meint, Luthers Theorie vom passiven Gehorsam sei nicht deutsch. Bald nun erfuhr Luther einige Niederlagen der Bauern. Zugleich erhoben sich Anklagen gegen ihn. Er habe den schrecklichen Aufruhr angestiftet. Da ließ er seine lieben Brüder und Bauern ebenso schmächlich im Stich wie Götz von Berlichingen und trat ganz auf die Seite der Fürsten, indem er sie in seiner Schrift wieder die räuberischen und mörderischen Bauern sowie in einem Schreiben an den mannsfeldischen Rat Rüssel 30. Mai 1525 ermahnte, sie wie wilde Bestien zu behandeln und zu töten. Er schreibt wörtlich, Der weise Mann sagt, Fressen, Last und Rute für den Esel und einem Bauern gehört Haberstroh. Die höchste Zeit ist, dass sie erwürgt werden wie die tollen Hunde. Über ein Aufrührerischen ist ein jeglicher Mensch beides, Oberrichter und Scharfrichter. Darum soll zuschmeißen, würgen und stechen, heimlich. Er befürwortet hier also den Meuchelmord und öffentlich, wer da kann und gedenken, dass es nichts Giftigeres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch. Daher dreinschlagen, solange sich eine Ader regen kann. Jetzt ist eine Zeit des Schwertes, des Zornes und nicht der Gnade. Und welcher Bauer erschlagen wird, der ist mit Leib und Seel verloren und ewig des Teufels. Ein Fürst kann jetzt mit blutvergießenden Himmel leichter verdienen, als andere mit Beten. Darum, liebe Herren, stechet, schlaget, würget sie, wer da kann. Bleibst du darüber tot, wohl dir, seligeren Tod kannst du nimmermehr überkommen. Die siegenden Fürsten hielten sich leider an diese höchstens eines fanatischen Dervisch würdigen Worte, welche sie als eine religiöse Weihe für ihr Wüten gegen die verführten Bauern ansahen und sie nahmen schreckliche Rache. Melchior Nunnenmacher wurde mit einer langen Kette an einen Baum gebunden, dass er um denselben herumgehen konnte, dann ein Kranz Holz aufgeschichtet, angezündet und der Arme langsam verbrannt. Ebenso qualvoll endete Rohrbacher. In Kissingen wurden 57 Leuten die Augen ausgestochen, weil sie gesagt hatten, sie wollten den Markgrafen nie mehr sehen. Luther und Melanchthon Bauernfeinde und Fürstenknechte Der Schriftsteller Jansen konstatiert folgendes. Ein Edelherr hatte Mitleid und bekam Gewissensbisse über den harten Druck, den Fachtan die Bauern zu erleiden hatten und fragte bei Luther an. Dieser vertrieb ihm die Gewissensbisse mit den Worten. Der gemeine Mann muss mit Bürden beladen sein, sonst wird er zu mutwillig. Im Jahr 1527 befürwortete Luther die Wiedereinführung der Leibeigenschaft, wie solche bei den Juden bestanden. Wie wenig Luther an Gnade für die Bauern dachte, beweisen nachstehende Worte. Nachdem bei uns aufgehört des Papstes Tyrannei, verachtet nun jedermann die reine heilsame Lehre und werden aus den Menschen eitel Vieh und Bestien. Denn wie sie, gemeint sind die Bauern und Edelleute, glauben, so leben sie. Sie sind und bleiben Säue, glauben wie Säue und sterben wie Säue. Ihr ohnmächtigen, groben Bauern, dass euch der Donner erschlage. Es wäre nicht gut, dass man das Recht, frohnen zu tun, ließe fallen. Hören wir jetzt Melanchthon in seiner Schrift. In seiner Schrift, wieder die Artikel der Bauernschaft 1524, stellt er den Grundsatz auf, es wäre von Nöten, dass ein solch wild ungezogenes Volk als Deutschen sind, noch weniger Freiheit hätte, als es hat. Auch erklärt sich Melanchthon gegen alle Rechtsansprüche der Bauern in den harten Worten, was die Obrigkeit tue, daran tue sie recht. Wenn sie daher Gemeindegüter und Waldungen einzieht, so hat sich niemand dagegen zu setzen. Wenn sie den Zehnten den Kirchen nimmt und anderen gibt, so müssen sich die Deutschen ebenso gut darin dreinfinden, wie die Juden sich von den Römern die Tempelgüter nehmen lassen mussten. Luther und seine Lehre geriet derartig in Verachtung, dass er seinen todkranken Vater in Mansfeld nicht wagte zu besuchen, aus Furcht ermordet zu werden. Und selbst bekannte er, das Volk hält uns für Aufrührer, erklärt, zur Zeit des Papsttums sei es nicht so böse gewesen, mit der neuen Lehre sei alles Unglück gekommen. Teure Zeit, Krieg und der Türke, das Volk wolle ihn gern zum Land hinaustreiben oder gar aushungern. Mit zwei oder drei Predigten ließe sich dasselbe wieder ins Papsttum zu Messen und Wallfahren bringen. Wie konnte sich demnach er und seine neue Lehre halten? Dies haben die von den Fürsten und Magistraten geraubten Kirchengüter getan. Um sie dauernd behalten zu können, mussten sie Luther und seine Irrlehre schützen und fördern. Ohne geschehenen reichen Raub der Kirchengüter wäre kein Dorf lutherisch geblieben. Luther selbst gesteht, wenn es die Fürsten und Herren nicht tun, sollten wir nicht lange bleiben. Luther war den Fürsten noch dadurch erkenntlich, dass er ihnen nach Beseitigung der bischöflichen Jurisdiktion auch das ganze Kirchenregiment übergab. Die Protestanten bekamen so viele kirchliche Führer, als sie Landesfürsten hatten. Die evangelische Freiheit wurde zur evangelischen Echtschaft. Die ersten, welche die üblen Folgen davon zu schmecken bekamen, waren die beweibten Pastoren. Die Fürsten ließen sie darben, nur Luther bekam ein warmes Nest. Noch Goethe spottete, Du hast Martinus Luther, den Pastoren von ihrem Brote, gestrichen alle Butter und das Gnade dir Gott. Der Gottesmann ließ sich aus dem geraubten Kirchengut vom Landesfürsten das Kloster in Wittenberg schenken, mit allen Einkünften aus den Gefällen, Gärten, Fischteichen, Klosterbrauereien, Hopfengärten. Luther hielt eine große Ökonomie mit starker Dienerschaft. So konnte er mit seinen Trinkgesellen viele und starke Gelage halten. Endlich fand es Luther an der Zeit, die Mönchskutte abzulegen. Das war im Dezember 1524. Und mit einer dem Kloster entsprungenen Nonne in den Hochzeitshimmel einzutreten. Luther, wie er lebte, leibte und starb. Eine Aufzeichnung nach unwiderleglichen Berichten herausgegeben im Jahr 1925 von der Verlagsbuchhandlung Styria Graz und Wien.